Was ist hier denn? Eine alte Beierei oder sowas. Das ist der Fall. Das nennt sich Hartenkamp. Ja, Hartenkamp. Diekhof, links mal. Dann fahren wir links rum. Diekhof. Hartenkamp hier. Hier jetzt nur noch durch diese Schneeberge. Und dann kommen wir nach die Khof rein. Guck mal. Scheint ja sehr feuerlich zu sein auf den ersten Blick. So, polchose oder so. Mal schauen, mal langsam durch hier. Boah, sehr feuerlich. Große Lagerhallen. Lagerhallen. Ja, die Dacia. Dacia evident ist das. Osten. Was ist da denn? Was Neues? So einzig neue hier. Eine Unterhalle. Total aber hübsch hier. Das ist der Gegensatz. Der Gegenüber. Das ist ein Armer. Das ist eine Unterhalle. Das ist eine Unterhalle. Guck ich überhaupt weiter? Aber ich denke doch, ne? Oh Gott, oh Gott. Das wird wohl nix. Mal gucken. Vielleicht wird es noch interessant. Ein paar Autos sind ja hier schon gefahren. Aber das wird nix. Sie müssen umdrehen. Feierabend. Und tschüss. Kleines Wendemanöver. Und schon geht es wieder zurück. Zweiter Teil. So. Nochmal die Rückgangsicht. Woher soll ich das denn wissen, dass wir hier keine Durchgangsstraßen haben? Oh, mal da längs. Da ist das Gleiche, ne? Ist auch nicht besser. Geekhof heißt das hier. Also, das geht hier nicht weiter. Hier ist alles geblockt. Nochmal die Scheune da. Klasse. Und tschüss. Hier nochmal die Feierei. Fahren wir doch links rum. Eilsdorf. 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 Eilsdorf.